Moin, ich bin's Felix von Steda. Heute erzähle ich euch mal was zu unseren Limited-Überdachungen. Dabei handelt es sich um eine Aluminium-Überdachung in gewohnter Steda-Qualität. Ihr bekommt diese Überdachung im Standardmaß zu einem Superpreis in den Farben Weiß, Grau oder Anthrazit. Die Limited-Überdachungen sind selbstverständlich auch mit unserem Zubehör nachzurüsten, sei es durch Schiebewände, Dreiecksfenster, Unterglas oder Aufdachmarkisen. Die Verfügbarkeit dieser Überdachung könnt ihr bei uns auf der Internetseite nachlesen oder ihr meldet euch persönlich bei uns per Mail oder Telefon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017